In diesem Video geht es heute um den Kreissektor und zwar um den Flächeninhalt und um die Bogenlänge des Kreissektors. Bevor wir aber nun mit dem Kreissektor starten, möchte ich noch einmal kurz die Bezeichnungen des Kreises wiederholen. Jeder Kreis hat einen Mittelpunkt, hier mit M bezeichnet. Die Kreislinie wird mit K bezeichnet und die Strecke vom Mittelpunkt zur Kreislinie ist der Radius, der wird mit R bezeichnet. Hier siehst du nun einen Kreissektor. Zusätzlich zu den normalen Bezeichnungen eines Kreises wie Mittelpunktradius und Kreislinie siehst du hier noch den Zentriwinkel Alpha des Kreissektors und die Bogenlänge B des Kreissektors. Als erstes möchte ich mir nun mit dir ansehen, wie man die Länge des Bogens berechnet, also die Bogenlänge des Kreissektors. Ein ganzer Kreis hat den Umfang U ist gleich 2 mal R mal Pi. Würden wir nun den kompletten Umfang des Kreises berechnen, hätten wir einen Zentriwinkel von 360 Grad, da ein Kreis 360 Grad hat. In diesem Fall möchten wir uns aber nur das kleine rote Stück, die Bogenlänge des Kreissektors ausrechnen. Mit dieser Formel würden wir nun den ganzen Kreis erhalten. Wir wollen aber nur den kleinen blauen Sektor erhalten mit dem Zentriwinkel Alpha. In einem ersten Schritt teilen wir nun den kompletten Umfang durch 360. Wir erhalten nun also B ist gleich 2 mal R mal Pi dividiert durch 360. Nun würden wir einen Kreissektor erhalten, der einen Zentriwinkel von 1 Grad hat. Unser Kreissektor hier hat allerdings nicht 1 Grad als Zentriwinkel, sondern er hat Alpha, also eine Variable. Wir ergänzen unsere Formel also noch mit Alpha und erhalten dann so B ist gleich 2 mal R mal Pi mal Alpha für unseren Zentriwinkel dividiert durch 360 Grad. Wenn du dir nun diesen Bruch ansiehst und zurückdenkst an das Kapitel Bruchrechnung, fällt dir sicherlich sofort auf, dass du 2 und 360 kürzen kannst. 2 und 360 bleibt 1 und 180. Unsere Formel für die Bogenlänge B lautet nun also R mal Pi mal Alpha dividiert durch 180. Im nächsten Schritt möchte ich dir nun zeigen, wie du die Fläche von einem Kreissektor berechnest. Die Fläche ist hier mit A bezeichnet und wir haben wieder den Radius und auch den Zentriwinkel Alpha. Für die Fläche bedienen wir uns wieder der Unterteilung in einzelne Gradschritte. Hier siehst du die Fläche für einen kompletten Kreis. A ist gleich R Quadrat mal Pi. Wir teilen nun diesen kompletten Kreis wie in kleine Sektoren mit einem Grad. Unsere Formel lautet nun also A ist gleich R Quadrat mal Pi dividiert durch 360. Und genau gleich wie der Bogenlänge müssen wir nun auch noch die Größe unseres Zentriwinkels ins Spiel bringen. Hier Alpha. Wir halten nun dann für die Fläche A ist gleich R Quadrat mal Pi mal Alpha dividiert durch 360. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben zu diesem Video findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog Mathematik Rocks und wir sehen uns dann in der nächsten Mathematikstunde.